Wo laden wir in Zukunft unsere Elektroautos auf? Kann eine App Blinden helfen, die Welt zu erkunden? Und wie geht Wintertourismus ohne Schnee? EBP nimmt immer wieder Trends unter die Lupe. Unsere Mitarbeitenden ermutigen wir, daraus Lösungen zu formen. Über 50 Innovationsideen haben sie so in kürzester Zeit entwickelt. Marktfähig, unkonventionell, relevant und zukunftsfähig sollte die Idee sein. Zuerst mussten sie damit ihre Kollegen aus anderen Fachgebieten überzeugen. Dann potenzielle Kunden gewinnen. Wer das schaffte, hat am Boostcamp teilgenommen. Dort arbeiteten die EBPler in interdisziplinären Teams neun Innovationsprojekte aus. Fernab vom Arbeitsalltag, aber eng zusammen mit den Kunden. Wir haben uns intern mit dem Thema beschäftigt. Der Kunde nimmt ganz andere Perspektiven ein oder hat auch andere Bedürfnisse. So lernt man sie kennen. Das Schöne ist, dass man so früh dabei ist, dass man seine Wünsche anbringen kann und in die richtige Richtung für einen selber anzusteuren. Wir haben Talente in ganz vielen verschiedenen Disziplinen. Und wenn sich die zusammen an den Tisch setzen und etwas aushacken, dann kommt auch eine sehr gute Lösung für den Kunden heraus, die eben eine 360-Grad-Sicht auch einnehmen hat. Das Schöne ist, dass man so Hunger hat und sie haben, wer die Bible ist. Wünsche ist, was sie so gern und drainage,